Wenn es euch so einer der beiden nicht gefallen hat, man kann ja den Musikstil sich jeweils immer mit auswählen, dann kann man mit derselben Strophe und Refrain sich noch einmal zwei kleine Videos mit einem anderen Musikstil erstellen lassen. Gefällt einem davon wieder keins der beiden, dann kann man noch einmal die erste Strophe lassen und den Refrain und wieder zwei kleine Videos erstellen und von denen wählt man sich dann ein Video nachher aus. Entweder eins von diesen letzten beiden oder eins von den insgesamt sechs Videos. Soweit Teil 3.